Mein Name ist Dominik Kuhns, ich arbeite im zentralen Marketing in der Media Production und habe dort ein sehr umfangreiches Aufgabengebiet von kreativen Tätigkeiten bis hin zu eher technischen Tätigkeiten, zum Beispiel Pflege von Datenbanken. Die Hauptaufgabe ist im Wesentlichen die Erstellung von Kampagnen, Marketingmaterialien, die wir in verschiedenen Sprachen unseren Tochtergesellschaften zur Verfügung stellen über ein spezielles Asset Management System, das ich auch betreue und pflege. Darüber hinaus bin ich verantwortlich für die Neuerstellung und die Pflege von Produktdatenblättern. Da haben wir im Moment ungefähr 150 Datenblätter, auch wieder in verschiedenen Sprachen, die wir immer aktuell halten, die dann auch im Wesentlichen auf der Webseite zum Download angeboten werden. Mein, ich nenne es mal Handwerkszeug, was ich auf meiner Arbeit benutze, ist im Wesentlichen das komplette Paket der Adobe Creative Collection, sprich im Wesentlichen Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator, After Effects, Acrobat. Das ist aber das übliche Werkzeug, was in der Grafikbranche verwendet wird. Worauf ich bei Testo wirklich sehr stolz bin, ist, dass ich in einem sehr erfolgreichen, international tätigen Unternehmen mitarbeiten darf. Außerdem bin ich stolz, dass ich in so tollen Gebäuden arbeiten darf. Also sowohl in Lenzkirch hatte ich schon immer tolle Räumlichkeiten zur Verfügung. Hier in Titisee ist es noch mal eine Stufe besser. Das sind wirklich sehr repräsentative, tolle Gebäude und auch unsere Büros sind wunderbar ausgestattet, haben eine tolle Lage, eine schöne Sicht. Also wirklich arbeiten, wo andere Urlaub machen, das stimmt bei uns wirklich. Ein zusätzlicher Punkt, warum ich stolz bin, bei Testo zu arbeiten, ist unsere Produktpalette, die zum einen dem Schutz der Menschen dient, zum Beispiel, wenn es um Lebensmittelsicherheit geht, aber auch dem Schutz der Umwelt, zum Beispiel über Abgas- oder Emissionsmessgeräte, die sicherstellen, dass unsere Umwelt nicht zu stark belastet wird.